Yo, hier bin ich auch schon wieder mit Let's Play GTA San Andreas und ich will jetzt hier endlich mal in Los Santos fertig werden. Und das heißt dann wohl, dass ich heute Abend einen kleinen GTA San Andreas Marathon... Was? Kommt zwischen 9 Uhr und 17 Uhr wieder? Oh, toll! Dass ich heute Abend einen kleinen GTA San Andreas Marathon starten werde. Dass ich mal in die Badlands komme. Und ich mache jetzt hier einen kleinen Zeitsprung, bis ich hier so lange gespeichert habe, bis die Zeit bei 9 Uhr... So, jetzt haben wir den Zeitsprung hinter uns. Also ich zehnmal gespeichert. Ne, nicht ganz, aber trotzdem nervige Sache. So, jetzt. Carl, wassup, baby, brother? Wassup, baby? Peek this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dawg? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What's happening, nigga? What up, kinfolk? Put grocery on the map for good. For life. All right, nigga. Groove Street for life. Oh, der kleine, möchtige Groove Street for life im Hintergrund, man. Du bist so unwichtig. Äh, wie rekrutiert man die gleich nochmal? Oh! Okay. Ich hätte ihn vielleicht nicht abknallen sollen oder anschießen sollen. Ja, genau. Komm, steig ein, du Fettzack. Andere ist halt, du Fettzack. So. 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 Ja, okay. Cool. Oh, verpiss dich jetzt, man. Ja, er knallt ihn ab, man. Scheiße, ey. Oh, oh. Was ist denn los mit mir? Ja, ich knallt den Wix ab, man. Alter, was ist denn hier los, man? Verpisst euch mal. Scheiße. Ich versteh nicht ganz, warum da jetzt ein Zeitlimit ist, aber egal. Ich schaff das schon. Aus dem Weg. So. Auf einer Beerdigung muss ich Leute abklappen. Das finde ich moralisch jetzt nicht ganz korrekt, weil ich ja doch römisch-katholisch bin, aber ich spiele ja auch Killer-Spieler. Das ist ja egal. So, Mann, wie lang ist denn das noch? Ja, jetzt sind wir eh schon da. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Was ist denn los hier? Wie fahre ich denn Auto heute? Darf ja nicht wahr sein. So. Jetzt wären wir endlich da. Auto-Totalschaden. Darf ich auch aussteigen? Ach, ich bin schon ausgestiegen. Okay, CJ. Komm schon auf. Ich kann nicht klettern, doch gar nicht. Okay. Ich drücke Geh, damit sie mir folgen. Ja, Mann. Erledige Cain. Bin ich immer dabei. Erstmal den hier. Die kleinen Punks hier. Oh, Cain bleibt da, Mann. Scheiße, Cain haut ab. Cain. Ich bin's, Undertaker. Du, ihr kleinen Bastard. Ja, jetzt bist du ganz alleine, Mann. Bleib hier, du kleiner Feigling, du. Kick dir in die Eier, Mann. Alter, Mann. Bleib doch da jetzt. Kein feige Drecksau. Wo sind denn noch Balles? Ah, toll, da sind die Bullen. Ich hab zwei Fahndungssterne und ich muss da die Balles noch neben den Bullen abknallen. Ja, kaum noch endlich rein. So. Warum muss ich schon wieder fahren? Ah, ihr könnt da bleiben, Mann. Verpisst euch jetzt. Ich scheiße auf die zwei Fahndungssterne, Mann. So, hätten wir das auch wieder erlebt. Oh, du siehst doch, dass ich hier kaum, Mann. Du kannst ja doch stehen bleiben. So. Oh. Oh, 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 oh. So. Ich spoiler mal eben ganz kurz, also wer nicht... äh, wer das nicht hören will, einfach weghören. Ähm. Ich hab'n Penis. Scheiße, jetzt hab' ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammte Kacke. Was war... Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hab' ich'n Penis. Tch, 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 tch. It's a domain. Oh, Mann. Scheiße. Buster. Ja, genau. Verpisst euch von der Grove Street. Verpisst dich jetzt, Mann. Alter, die Bullen in der Grove Street. Was soll der Scheiße? So. Man, wir waren eine Forse back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Copy? Ich kopier jetzt gar nichts. Ach, schlopft, du dummes. So, ja. Das war... eine der letzten Los Santos Missionen, glaub' ich. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.